Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid und heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr eure Landschaftsbilder so den kleinen letzten Schliff noch verpassen könnt. Das mache ich selber erst noch gar nicht so lange, vielleicht ein paar Monate, aber ich dachte mir, ich teile das Ganze mal mit euch, weil ich das richtig cool finde und ihr wie gesagt so den allerletzten Feinschliff bekommt und den Look, den es am Ende haben soll. Ganz viel Spaß damit. Vielen Dank an den heutigen Sponsor des Videos Cruise Vision. Dazu habe ich schon mal ein extra Video gemacht. Wenn du Bock hast, mit der Fotografie Geld zu verdienen und dabei auch noch die ganze Welt zu sehen, dann schau dir mal das Video an, was ich dir da oben verlinkt habe. Da gibt es weitere Informationen. Du kannst nämlich sowohl in Hotels als auch auf Kreuzfahrtschiffen als Fotograf arbeiten, die Welt sehen und dabei noch Geld verdienen. Also schau dir auf jeden Fall das andere Video an und unten in der Videobeschreibung ist auch der Link, wo du direkt mit der Firma Kontakt aufnehmen kannst. Viel Spaß. Ich habe hier quasi ein fertiges Landschaftsfoto, aber um den finalen Touch jetzt noch reinzubekommen, um das Ganze so ein bisschen noch auf das letzte Level zu heben, möchte ich jetzt noch eine Technik dir zeigen, die du wahrscheinlich schon mal irgendwo auch gehört hast. Und zwar geht es um den sogenannten Orten-Effekt. Der Orten-Effekt, der bewirkt, dass das ganze Bild noch so ein kleines bisschen weicher wird, so ein bisschen verträumter. Und das gibt am Ende einen richtig klasse Effekt, gerade bei Landschaftsfotos. Ich möchte dir einfach mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Es gibt hunderte Möglichkeiten, wie man den Orten-Effekt erzeugen kann. Im Endeffekt geht es darum, dass wir eine neue Ebene erstellen, die wir weichzeichnen, die wesentlich aufgehellt wird und starker Kontrast hinzukommt. Und diese Ebene können wir dann, je nachdem, wie stark wir diesen Effekt haben wollen, durchblenden lassen. Ich möchte dir das Ganze einfach mal zeigen. Wie gesagt, es gibt tausende Wege, wie man das machen kann. Gerade in Photoshop gibt es ja schon 10, 15 Wege, wie man ein Bild weichzeichnen kann. Deswegen werden wir jetzt als erstes diese Hintergrund-Ebene einmal hier duplizieren, indem ich sie einmal auf das neue Ebenen-Symbol ziehe. Und auf dieser Hintergrund-Kopie-Ebene arbeiten wir jetzt. Die kann ich nämlich jetzt als erstes mal über Filter weichzeichnen, über Weichzeichnungsfilter und dann nehme ich hier einfach mal den Gaussian-Weichzeichner. Hier habe ich jetzt genau eine Option. Ich kann nämlich den Radius einstellen und je nachdem, wie doll ich diesen Radius einstelle, also je größer ich diesen Radius einstelle, umso unschärfer wird das Bild. Jetzt kommt es ein bisschen so darauf an. Erstes mal, wie groß ist dein Bild und wie stark soll der Effekt sein? Je mehr Auflösung dein Bild hat, umso stärker musst du hier den Radius schon einstellen. Und natürlich, je doller dieser Effekt insgesamt auch sein soll, desto doller musst du hier auch den Radius einstellen. Ich habe jetzt hier mit einer Nikon D850 fotografiert. Die hat so um die 45 Megapixel. Da stelle ich jetzt hier mal so ungefähr 30 bis 35 ein. Da kann man sich so aussuchen, was einem da gefällt. Du kannst natürlich auch jederzeit diesen Filter nicht einfach so anwenden, wie ich es jetzt gemacht habe, sondern du kannst das Ganze auch vorher in ein Smart-Objekt konvertieren. Mit einem Rechtsklick hier auf diese Ebene kannst du das als Smart-Objekt konvertieren. Das hat den einfachen Vorteil, dass ich jetzt, wenn ich einen Filter einstelle, jederzeit wieder reingehen kann in diesen Filter und den dann wieder bearbeiten kann. Also jetzt ist das Ganze hier ein Smart-Objekt. Das sieht man jetzt hier an diesem Symbolfilter, Weichzeichnungsfilter und dann Gauscher Weichzeichner. Und jetzt, wenn ich das Ganze einstelle, dann kann ich auch jederzeit im Nachhinein nochmal sagen, das ist mir zu viel, das ist mir zu wenig, gehe ich nochmal rein. Einfach dann hier ein Doppelklick auf diesen Weichzeichner. So, das gefällt mir schon mal ganz gut. Und jetzt könnten wir als nächstes hier mal in die Korrekturen reingehen. Und dann möchte ich hier die Korrekturebene Helligkeit Kontrast einmal nehmen. Denn hier haben wir genau beides, was wir brauchen. Ich will einmal das Bild aufhellen. Also das können wir hier mal ruhig relativ doll machen. Stellen wir es mal so auf 70 bis 75 hier ungefähr. Und auch relativ viel Kontrast rein. Den packen wir mal auch so auf 80 ungefähr. So, das sind jetzt hier zwei Ebenen. Die kann ich jetzt entweder als Gruppe zusammenfassen, indem ich jetzt hier mit gedrückter Shift-Taste mal beide Ebenen anwähle. Und dann kann ich das Ganze mit Command und G einfach hier in eine Gruppe zusammenfassen. Und diese Gruppe, die kann ich jetzt mit der Deckkraft ganz einfach hier rauf und runter regeln. Ich drehe diesen Effekt jetzt hier erstmal wieder komplett raus. Und jetzt kann ich sagen, ich möchte den Effekt mal so ein kleines bisschen reindrehen. Und dieser Effekt wirkt meistens, also so mache ich es zumindest, so bei 10% schon richtig gut. Viel mehr würde ich gar nicht machen. Man kann den Effekt jetzt mal ein bisschen doller reindrehen, damit du siehst, was jetzt hier passiert. Also 30% sind mir persönlich schon viel zu viel. Da sieht das schon viel zu verträumt aus irgendwie. Drehen wir das Ganze mal auf 20% runter. Da sieht das schon ein bisschen besser aus. Mir gefällt es hier unten aber immer noch nicht, weil es zu viel ist. Deswegen 10% Deckkraft reicht eigentlich schon vollkommen aus. Und jetzt sieht das eigentlich so aus, als hätte ich gar nicht viel gemacht. Wenn ich jetzt aber diese Gruppe mal ausblende, dann sieht man den Effekt. So sieht es vorher aus, so sieht es danach aus. Und gerade jetzt hier auf dem Berg sieht man das richtig schön. Wenn ich jetzt hier mal weiter reinsumme, dann sieht man diesen Effekt richtig gut. Dann wird das Ganze einfach so ein kleines bisschen weicher, so ein bisschen abgesofteter. Und ich mag diesen Effekt, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Wenn du jetzt feststellst, okay, das wird mir irgendwie alles ein bisschen zu hell, kann ich jederzeit in die Gruppe reingehen, hier auf Helligkeit, Kontrast gehen. Und dann habe ich hier meine Regler wieder. Dann könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, die Helligkeit ist mir ein bisschen zu doll. Drehen wir sie mal nur auf plus 50 ungefähr. Und dann kann ich auch das hier ganz einfach noch einstellen. Ja, also diese Gruppe kann ich jetzt hier einfach mal Orten-Effekt nennen. Und das Tolle jetzt ist natürlich auch wieder, wenn ich jetzt diese Gruppe hier habe, dieser Gruppe kann ich natürlich auch im Nachhinein noch eine Ebenenmaske geben. Jetzt ist mir erst mal das gesamte Bild mit diesem Orten-Effekt versehen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, naja, hier unten in dem See, da gefällt es mir eigentlich gar nicht so sehr. Das ist schon so verschwommen alles. Dann nehme ich mir jetzt hier eine Pinselspitze, schwarze Vordergrundfarbe. Und dann male ich diesen Orten-Effekt hier unten einfach wieder raus. Und dann ist dieser Orten-Effekt wirklich nur in der oberen Bildhälfte vorhanden. Sieht man jetzt hier sehr schön. Und so kann ich auch sehr schön selektiv dann arbeiten. Das Ganze kannst du dir natürlich auch als Aktion noch abspeichern. Da muss man nur einmal einen Knopf drücken. Und dann hat man hier direkt seine Ordnerstruktur, wo man diesen Orten-Effekt dann drin hat. Diesen Orten-Effekt nutze ich inzwischen sehr, sehr gerne auf meinen Landschaftsbildern als finalen Touch. Und vielleicht hat es dich ja auch dazu bewogen, jetzt das Ganze in den nächsten Bildern mal auszuprobieren. Das war es mit diesem Video. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Also der Orten-Effekt auf Landschaftsbildern funktioniert richtig gut. Du kannst mir gerne einen Daumen nach oben geben, falls dir das gefallen hat. Und wenn du Bock darauf hast, dass ich dir das auch mal zeige, wie das Ganze in Lightroom funktionieren kann, dann schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Du kannst das Video natürlich auch gerne mit deinen Freunden teilen, wenn du denkst, dass es sie auch interessiert. Würde mich sehr freuen. Bis dann und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.